Patergassen bei Bad Klein-Kirchheim. Gut in den Ort eingebettet liegt hier auf rund 1000 Metern Höhe der Alpin 1. Das Besondere am Alpin 1 ist, dass er aus zwei Gebäuden besteht. Dem sogenannten Knusperhäuschen mit Einsatzzentrale und Aufenthaltsräumen für die Crew, sowie dem Hangar. Hier herrscht heute Hochbetrieb. Wir sind da jetzt im Hangar, da ist heute eine Ausnahmesituation, oder? Das stimmt. Wie du siehst, es ist sehr viel los im Hintergrund, die Geräusche. Wir haben heute unsere jährliche Übung. Normalerweise ist der Picobello sauber. Jetzt haben wir da zwei Räume, da hinten, was ist da? Ja, das ist korrekt. Einmal haben wir Alpinkammerl und das zweite ist unser medizinisches Kammerl, wo man einfach noch die Einsätze mit einem Hubschrauber einsatzbereit macht. So Heimer, hier sind wir jetzt im sogenannten Medizinkammerl. Das schaut recht spartanisch aus, aber da ist alles voll mit Medizingerät, oder? Genau so ist es. Wir können mal kurz hineinschauen. Da sind diverse Sachen drinnen für Patientenversorgung. Und wenn wir noch die Einsätze zurückkommen, einfach unseren Rucksack wieder auffüllen, dass wir wieder einsatzbereit sind. Und wer kontrolliert das, dass das auch regelmäßig abgedehtet und voll ist? Wir sind ein Team. Das machen wir ein Team. Notarzt und Flugretter natürlich. Der Alpin 1 ist einer von drei Winterstützpunkten, die der ÖAMTC betreibt. Diese Stützpunkte sind nur während der Skisaison geöffnet. Stefan, für dich als Notarzt, das sind denn die größten Unterschiede zwischen Sommerbetrieb und so einem Winterstützpunkt wie hier? Ja, speziell für uns im Winterstützpunkt ist natürlich das Problem einerseits das Wetter. Es ist jedem kalt. Es ist den Patienten kalt. Die Patienten sind von oben bis unten eigentlich eingepackt im Skianzug. Es ist für uns speziell schwierig, oft venöse Zugänge zu legen. Andererseits haben wir auch oft Probleme mit den Infusionen. Aufgrund der Kälte frieren eigentlich die Flüssigkeiten relativ schnell ein. Das heißt für uns speziell im Winter ist eigentlich ein rechter zügiges Arbeiten gefragt. Was sind denn die Verletzungen, die hier die Hauptverletzungen sind, die ihr zu betreuen habt? Hauptsächlich sind da Skiunfälle von Extremitätenverletzungen, Schädel-Hirn-Trauma. Da haben wir da eigentlich alles dabei. Häufig auch Kinder, die dann zum Versorgen sind. Letzte Frage. Ich möchte noch einmal die Temperaturen ansprechen. Gibt es Tricks, sich warm zu halten, wenn man dann auch raus muss? Oder beißt man sich da einfach durch und denkt, okay, da geht es durch? Wir haben super Uniformen. Wir machen einfach dieses Zwiebelprinzip. Wir machen einfach wirklich mehrere Schichten übereinander und haben natürlich Handschuhe. Nur fürs Wehnenwegstechen an und für sich müssen wir dann tatsächlich die Handschuhe ausziehen. Und da ist es natürlich immer wieder schwierig, tatsächlich adäquate Zugang zu legen. Heimo, der Winterstützpunkt da in Badagassen ist ein bisschen anders als die anderen. Wir haben jetzt den Hangar gesehen. Das ist ein Gebäude, ihr habt aber zwei Gebäude. Genau so ist richtig. Das ist unser Knusperhäuschen. Wir können uns das gerne anschauen gehen. Schauen wir. Geht, ciao. Heimo, wir sind da in der Einsatzzentrale. Hier werden die Einsätze nachbearbeitet. Aber hier kommen auch die neuen Einsätze rein. Wie funktioniert das? Ja, das ist korrekt. Wir haben eine Beatschalarmierung. Das geht über die Rettungsleitstelle in Kärnten. Wir haben eine Beatschalarmierung. Bestätigen den Einsatz über Funk und begeben uns zum Hubschrauber. Die Mannschaft, die wechselt ja ständig. Außer dem Pilot, der ist länger da. Wo hält sich der auf? Wo schläft der? Wir haben oben Schlafmöglichkeiten plus Sanitäranlagen. Dort hält er sich auf. Vom Alpin 1 aus werden neben den üblichen anfallenden Einsätzen vor allem die Skigebiete in Bad Kleinkirchheim sowie auf der Turacher Höhe notfallmedizinisch versorgt.